Gerne erinnere ich mich noch an meine Fastnachtsaktivitäten in Konstanz, Tuttlingen und sogar einmal in Freiburg. Verbunden natürlich mit 14 Tagen später, glaube ich, in Basel. Es war immer eine tolle Zeit, die fünfte Jahreszeit in Deutschland. Auch im fernen Amerika bekomme ich immer mal wieder Bilder zuschickt, so wie diesmal von Heiko in Freiburg. Wir haben uns alle sehr gefreut über die Bilder und dokumentieren sie noch mal ein bisschen zusammengeklebt in einem kleinen Pfeil für euch.